Glaubst du an Wunder? Ja, aber was würdest du tun, wenn du herausfinden würdest, dass religiöse Führer auf der ganzen Welt alles riskieren, um zu versuchen, Jesus nachzuahmen? Seid vorsichtig, das ist nicht nur eine Frage des Glaubens. Diese waghalsigen Versuche, die von den Wundern Christi inspiriert waren, verwandelten sich schnell in verheerende Tragödien. Pastoren, die davon besessen waren, göttliche Taten nachzuahmen, fielen schließlich in Ungnade und Täuschung und rissen hunderte von Anhängern mit sich. Machen sie sich bereit für eine augenöffnende Reise, auf der blinder Glaube und ungezügelter Ehrgeiz katastrophale Folgen hatten. Kann der Versuch, Jesus nachzuahmen, eine Handlung rechtfertigen? Findet nun heraus, wie es diesen Pastoren sehr schlecht ging und was die katastrophalen Folgen ihres Handelns waren. Nummer 1, Pastor Frank Cable und sein Versuch, auf dem Wasser zu gehen. Frank Cable, ein Pastor aus der Stadt Libreville in Gabun, war überzeugt, dass sein unerschütterlicher Glaube es ihm ermöglichen würde, Jesus nachzuahmen und auf dem Wasser zu gehen. Im Jahr 2006 kündigte er seiner Gemeinde an, dass er den Fluss zu Fuß überqueren werde, so wie Jesus es auf dem See Genezareth tat. Stellen Sie sich die Erwartung und den Glauben der Anhänger in diesem Moment vor. Alle versammelten sich am Ufer des Flusses, voller Hoffnung und Neugierde. Frank war entschlossen und glaubte, dass sein reiner, unerschütterlicher Glaube ausreichen würde, um ihn über der Wasseroberfläche zu halten. Als er jedoch in den Fluss stieg, nahm die Tragödie schnell ihren Lauf. Er war nicht in der Lage, an der Oberfläche zu gehen und ertrank tragischerweise vor den Augen seiner verwirrten Gemeinde. Dieses Ereignis versetzte die Gemeinschaft in einen Schock und warf eine beunruhigende Frage auf. Frank Cabells Versuch kostete ihn nicht nur das Leben, aber sie offenbarte auch die Gefahren einer wörtlichen und rücksichtslosen Interpretation heiliger Texte. Darüber hinaus hat der Vorfall die Verletzlichkeit von Menschen in Situationen extremen Glaubens und die Bedeutung einer ausgewogenen geistlichen Unterscheidung hervorgehoben. Was lehrt uns diese Tragödie über die Beziehung zwischen Glaube und Rationalität? Sind wir bereit, die Handlungen unserer religiösen Führer in Frage zu stellen, wenn sie zu weit zu gehen scheinen? Die unmittelbaren Auswirkungen auf Cabells Gemeinde Frank Cabells Tod hatte einen tiefgreifenden und unmittelbaren Einfluss auf seine Gemeinde. Die Gläubigen, die bis dahin einen unerschütterlichen Glauben an ihren Hirten hatten, finden sich nun in Zweifeln und Fragen wieder. Wie würdest du reagieren, wenn du Zeuge von so etwas wärst? Das Vertrauen in spirituelle Führer wurde erschüttert und viele begannen, die Gültigkeit der Lehren, die sie erhielten, in Frage zu stellen. War es möglich, dass der Pfarrer die heiligen Texte falsch ausgelegt hatte? Die Tragödie hat die Verletzlichkeit des menschlichen Glaubens und die Notwendigkeit der Unterscheidung deutlich gemacht. Als sich die Nachricht verbreitete, begannen andere Gemeinden über die Grenzen zwischen Glaube und Sorglosigkeit nachzudenken. Darüber hinaus löste die Veranstaltung hitzige Debatten über die Verantwortung religiöser Führer aus, ihre Anhänger vor potenziell schädlichen Praktiken zu schützen. Der Vorfall zwang die Gemeinde, sich einer harten Realität zu stellen. Der Glaube ist zwar mächtig, muss aber von Weisheit und Verständnis begleitet werden. Wie konnten die Mitglieder der Versammlung ihren Führern wieder vertrauen? Dieses Ereignis erregte auch die Aufmerksamkeit der lokalen Behörden und religiösen Organisationen, die begannen, über Maßnahmen zu diskutieren, die ergriffen werden könnten, um solche Tragödien in Zukunft zu verhindern. Was könnte ihrer Meinung nach getan werden, um zu verhindern, dass sich solche Ereignisse wiederholen? Cabels Gemeinde, die einst durch die Hoffnung vereint war, sah sich nun einer Identitäts- und Sinnkrise gegenüber und suchte inmitten von Trauer und Desillusionierung nach Antworten. Nummer zwei, Pastor Lesego Daniel und die Essenz in Saft verwandelt. Wir werden den Kontinent nach Südafrika durchqueren, wo wir einen anderen Pastor treffen werden, der versucht hat, die Wunder Jesu auf eine noch ungewöhnlichere Weise nachzuahmen. Pastor Lesego Daniel, Leiter der Raben Center Ministries, glaubte, er könne Benzin in Fruchtsaft verwandeln. Richtig Benzin. Er überzeugte seine Anhänger, die brennbare Flüssigkeit zu trinken, und erklärte, dass das Benzin mit genügend Glauben harmlos werden würde. Was würden sie in einer solchen Situation tun? Unglaublicherweise glaubten mehrere Kirchenmitglieder an die Substanz und nahmen sie ein. Wie sie sich vorstellen können, war das Ergebnis katastrophal. Viele wurden schwer krank. Dieses Ereignis warf entscheidende Fragen über die Rechenschaftspflicht religiöser Führer und die Leichtgläubigkeit der Gläubigen auf. Glaubst du, dass der Glaube jede Handlung rechtfertigen kann? Daniels Aktion wurde schnell von den Gesundheitsbehörden und anderen religiösen Führern verurteilt, die vor den Gefahren dieser extremen Praktiken warnten. Der Pastor blieb jedoch bei seiner Position und sagte, dass wahrer Glaube Logik und Wissenschaft transzendieren könne. Dieser blinde Glaube an das Eingreifen Gottes erwies sich als äußerst gefährlich und unterstrich die Bedeutung eines Gleichgewichts zwischen Glaube und Vernunft. Kann der Glaube wirklich über Logik und Wissenschaft siegen? Wie reagierte die Gemeinde in Lesego auf diese schockierende Offenbarung? Der Fall hat eine weltweite Debatte über die Grenzen des Glaubens und die Rolle religiöser Führer beim Schutz ihrer Anhänger ausgelöst. Vertrauen wir Führungskräften zu sehr, die von uns verlangen, das Unmögliche zu tun? Die negativen Auswirkungen und Konsequenzen für Lesego Daniel waren schwerwiegend und schnell. Die südafrikanischen und internationalen Medien griffen den Vorfall mit Intensität auf und kritisierten das Vorgehen des Pastors scharf. Nachrichtenberichte zeigten die schädlichen Auswirkungen, unter denen Kirchenmitglieder litten, die das Benzin einnahmen. Und der Fall wurde schnell zu einem Symbol für die Gefahren, die entstehen, wenn man religiösen Führern blind folgt. Die Gesundheitsbehörden gaben öffentliche Warnungen heraus und gegen Lesego Daniel wurde von der Regierung und Menschenrechtsorganisationen ermittelt. Seine Kirche, die einst florierte und von frommen Gläubigen erfüllt war, hat einen drastischen Rückgang ihrer Anhänger erlebt. Sind Sie der Meinung, dass er für seine Taten strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden sollte? Diese Veranstaltung hat die Dringlichkeit einer strengeren Regulierung der Religionsausübung und des Schutzes der Gläubigen deutlich gemacht. Neben den rechtlichen Konsequenzen ist auch der Ruf von Lesego Daniel irreparabel geschädigt worden. Er wurde von anderen Pastoren und Theologen kritisiert, die sein Handeln als unverantwortlich und unethisch verurteilten. Viele Gläubige, desillusioniert und enttäuscht, verließen die Kirche auf der Suche nach vernünftigeren und mitfühlenderen Führern. Kann eine einzige Handlung Jahre geistlicher Führung ruinieren? Die Auswirkungen dieses Vorfalls erschütterten nicht nur die lokale Gemeinschaft, sondern lösten auch eine weltweite Debatte über den Einfluss religiöser Führer und die Gefahren von Bigotterie aus. Wie sollten wir ihrer Meinung nach ein Gleichgewicht zwischen Glauben und Sicherheit in religiösen Praktiken finden? Nummer 3. Pastor Letebo Rabalago und das Pestizid Doom. Im Jahr 2016 vollbrachte Pastor Letebo Rabalago, auch bekannt als Pastor Doom, in Südafrika eine Tat, die die Welt schockierte. Während einer Sekte wandte er ein Pestizid namens Doom gegen seine Anhänger an und behauptete, dass das Spray Krankheiten heilen und Dämonen vertreiben würde. Mehrere Mitglieder erkrankten aufgrund der Exposition gegenüber der Chemikalie. Stellen Sie sich die Szene vor. Menschen in einem Zustand der Verletzlichkeit, die Heilung und spirituellen Schutz suchten, wurden mit einem giftigen Pestizid besprüht. Was würdest du tun, wenn du dort wärst? Rabalago behauptete zu seiner Verteidigung, dass er unter göttlicher Weisung gehandelt habe und dass das Pestizid nur ein Mittel gewesen sei, um die Macht des Glaubens zu demonstrieren. Die Realität sah jedoch ganz anders aus. Die Nebenwirkungen reichten von Augen- und Hautreizungen bis hin zu schweren Atemwegsproblemen. Die Nachricht verbreitete sich schnell und löste nicht nur in Südafrika, sondern auf der ganzen Welt Empörung und Besorgnis aus. Kann der Glaube die Anwendung solch extremer Methoden rechtfertigen? Die Gesundheits- und Menschenrechtsbehörden intervenierten sofort, verurteilten das Vorgehen von Ragago und warnten die Öffentlichkeit vor den Gefahren solcher Praktiken. Dieses Ereignis warf wichtige Fragen über die Grenzen des Glaubens und die Notwendigkeit auf, die Anhänger vor lebensbedrohlichen Praktiken zu schützen. Wie sollte die Religionsgemeinschaft auf Führer reagieren, die die Gesundheit und Sicherheit ihrer Anhänger gefährden? Die Reaktion der Medien auf den Fall Rabalago. Die südafrikanischen und internationalen Medien reagierten schnell auf den Fall Letebo-Rabalago. Berichte und Dokumentationen haben den Einsatz des Pestizids Doom und die verheerenden Folgen für die Anhänger des Pastors detailliert beschrieben. Journalisten und Kommentatoren haben Rabagos Verantwortungslosigkeit scharf kritisiert. Ich frage mich, wie jemand glauben kann, dass ein giftiges Pestizid heilende Eigenschaften haben kann. Die Bilder und Berichte der kranken Gläubigen haben einen öffentlichen Aufschrei nach Gerechtigkeit und einer strengeren Regulierung der Religionsausübung ausgelöst. Wie sollten die Medien ihrer Meinung nach mit solchen Fällen umgehen? Die intensive Medienberichterstattung hat auch Geschichten über andere extreme Praktiken in verschiedenen Teilen der Welt ans Licht gebracht und die Debatte über die Verantwortung religiöser Führer und die Verletzlichkeit der Gläubigen erweitert. Menschenrechts- und Gesundheitsorganisationen haben das Beispiel dieses Falles genutzt, um Aufklärungskampagnen über die Gefahren des religiösen Fanatismus zu fördern. Brauchen wir mehr Regulierung für religiöse Praktiken? Der Fall Rabago ist zu einem Bezugspunkt in den Diskussionen über Religionsfreiheit und öffentliche Sicherheit geworden. Während einige argumentiert haben, dass der Glaube und die religiöse Praxis um jeden Preis geschützt werden sollten, andere argumentierten, dass die Regierung die Pflicht habe einzugreifen, wenn die Gesundheit und das Leben der Menschen in Gefahr seien. Und du, was denkst du? Die Regierung sollte stärker in religiöse Praktiken eingreifen. Nummer 4, Pastor Paul Sanyangore und das himmlische Telefon. Der Pastor Paul Sanyangore aus Zimbabwe erlangte 2017 Berühmtheit, als er behauptete, er habe ein himmlisches Telefon, über das er direkt mit Gott sprechen könne. Während des Gottesdienstes gab er vor, telefonisch göttliche Anweisungen zu erhalten. Viele hielten diese Praxis für einen Schwindel und die Glaubwürdigkeit von Sanyangore wurde schwer beeinträchtigt. Stellen Sie sich die Szene vor. Der Pastor hält ein Mobiltelefon in der Hand und spricht mit Gott, während die Gemeinde mit Blicken der Bewunderung und des Erstaunens zuschaut. War das wirklich möglich? Sanyangore behauptete, dass seine Gespräche mit Gott ihm spezifische Anweisungen für Heilungen und Segnungen gaben. Diese Praxis erregte jedoch schnell Verdacht. Die Skepsis wuchs schnell, viele stellten die Echtheit der Anrufe in Frage. Die Praxis des himmlischen Telefons wurde in den Medien sowohl lokal als auch international weithin verspottet. Viele hielten Sanyangore für einen Scharlatan, der den Glauben und die Hoffnung seiner Anhänger zu seinem persönlichen Vorteil ausnutzte. Die Auswirkungen waren erheblich. Die Zahl der Gottesdienstbesucher ist zurückgegangen und das Vertrauen der Gläubigen ist erschüttert. Dieser Fall hat den schmalen Grat zwischen Glaube und Ausbeutung deutlich gemacht. Wie würden sie ein echtes Wunder von einer Falschmeldung unterscheiden? Trotz der Kritik verteidigte Sanyangore weiterhin sein Handeln und behauptete, er sei nur der göttlichen Weisung gefolgt. Glaubte er wirklich an das, was er tat, oder war es ein gutgemachter Betrug? Die Geschichte von Paul Sanyangore lässt uns darüber nachdenken, wie weit religiöse Führer gehen können, um den Glauben ihrer Anhänger zu erhalten. Inwiefern würdest du einem geistlichen Führer folgen? Skepsis und Kritik an Sanyangore. Der Fall von Paul Sanyangore und seinem himmlischen Telefon hat eine Welle der Skepsis und Kritik ausgelöst, sowohl innerhalb als auch außerhalb seiner Gemeinde. Viele Gläubige begannen, den Wahrheitsgehalt der angeblichen Gespräche mit Gott in Frage zu stellen, denn wie könnte irgendjemand über ein gewöhnliches Mobiltelefon einen direkten Draht zum Göttlichen haben? Diese ungewöhnliche Praxis hat ein Schlaglicht auf die Debatte über die Leichtgläubigkeit von Anhängern und die Verantwortung religiöser Führer für einen authentischen und respektvollen Glauben geworfen. Sind wir bereit, irgendetwas im Namen des Glaubens zu glauben? Die Medien vergaben nicht. Fernsehsendungen, Zeitungen und Nachrichtenseiten haben Sanyangore persifliert und seine Integrität und Motivation infrage gestellt. Auch in den sozialen Medien wimmelte es nur so von Debatten und Memes. Der Druck auf den Pastor wurde weiter erhöht. Während einige Anhänger treu blieben, fühlten sich viele andere betrogen und verließen die Versammlung. Was würdest du tun, wenn du herausfinden würdest, dass dein geistlicher Führer in so etwas verwickelt ist? Theologen und religiöse Führer verschiedener Glaubensrichtungen kritisierten Sanyangore und sagten, Sein Handeln respektiere nicht die Heiligkeit der göttlichen Kommunikation. Sie argumentierten, dass sie den Glauben trivialisiere und die Religion in ein Spektakel verwandelte. Ist diese Kritik berechtigt? Die Nachwirkungen des Falles Sanyangore unterstreichen die Bedeutung von Unterscheidungsvermögen und Weisheit in der geistlichen Führung. Wie sehr vertrauen sie ihrem religiösen Führer? Der Vorfall lässt uns über die Verletzlichkeit der Gläubigen und die Notwendigkeit nachdenken. Die Integrität der Religionsausübung zu schützen. Wie können wir sicherstellen, dass der Glaube nicht verantwortungslos missbraucht wird? Nummer 5. Pastor Alf Lukau erweckt einen Toten. Im Jahr 2019 behauptete der südafrikanische Pastor Alf Lukau, während eines Gottesdienstes einen Mann wiederbelebt zu haben. Die Veranstaltung wurde per Livestream übertragen, aber schnell als Falschmeldung entlarvt. Die Toten waren bereits als lebendig identifiziert worden und die Inszenierung löste einen Skandal aus. Stellen Sie sich das Drama vor. Ein Sarg, eine vermeintliche Leiche und ein Pastor, der vor einer Menschenmenge und den Kameras ein Wunder verkündet. Die erste Reaktion war Ekstase und Bewunderung. War wirklich jemand von den Toten auferstanden? Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten, als sich bei den Ermittlungen herausstellte, dass die Toten tatsächlich von Anfang an lebendig waren und an der Inszenierung beteiligt waren. Die Enthüllung, dass es sich um eine Falschmeldung handelte, löste eine Welle der Empörung aus. Wie würdest du dich fühlen, wenn du herausfinden würdest, dass du auf diese Weise betrogen wurdest? Der Betrug von Alf Luca wurde weithin publik gemacht, was einen öffentlichen Aufschrei nach Gerechtigkeit auslöste. Die Behörden begannen mit den Ermittlungen und Lukas Kirche sah sich mit einem Rückgang des Vertrauens und der Beteiligung der Gläubigen konfrontiert. Dieser Vorfall löste eine intensive Debatte über die Integrität religiöser Führer und die Grenzen von Glaubensbekundungen aus. Glauben Sie, dass die Suche nach Wundern zu Manipulationen und Inszenierungen führen kann, die nicht nur ihre Gemeinde, sondern auch die öffentliche Wahrnehmung religiöser Wunder beeinträchtigen? Viele Gläubige fühlten sich verraten und das Vertrauen in die von den religiösen Führern verkündeten Wunder wurde schwer erschüttert. Dieses Ereignis unterstreicht die Notwendigkeit eines Glaubens, der auf Wahrheit und Aufrichtigkeit gründet. Können wir wirklich allem vertrauen, was wir in den Gottesdiensten sehen? Alfaus Geschichte fordert uns heraus, die Gültigkeit moderner Wunder und die Bedeutung des authentischen Glaubens zu hinterfragen. Luhas entlarvte Falschmeldung, die Entdeckung, dass die von Pastor Alf Lukal proklamierte Auferstehung eine Falschmeldung war, hatte unmittelbare und tiefgreifende Auswirkungen. Die Medien und sozialen Medien wurden mit hitzigen Diskussionen über die Wahrhaftigkeit zeitgenössischer Wunder und die Verantwortung religiöser Führer überflutet. Stellen Sie sich die Enttäuschung der Gläubigen vor, die bis dahin glaubten, Zeugen eines wahren Wunders gewesen zu sein. Wie würdest du reagieren, wenn du herausfinden würdest, dass ein so bedeutendes spirituelles Ereignis ein Betrug war? Die südafrikanischen Behörden haben eine Untersuchung wegen möglichen Betrugs und Manipulationen eingeleitet und mehrere Teilnehmer an der Inszenierung wurden verhört. Die einst lebendige und mit Gläubigen gefüllte Kirche in Lukal hat einen drastischen Rückgang der Besucherzahlen und Spenden erlebt. Die Falschmeldung warf auch Fragen über die Regulierung religiöser Praktiken und die Notwendigkeit des Schutzes vor Betrug auf. Brauchen wir strengere Gesetze, um solche Täuschungen zu verhindern? Die Ernüchterung der Anhänger war mit Händen zu greifen und viele begannen, nach anderen Formen der Spiritualität zu suchen, die mehr auf gesunden Prinzipien beruhten und weniger anfällig für betrügerische Spektakel waren. Dieses Ereignis lässt uns über die Gefahren nachdenken, die entstehen, wenn wir auf den Einzelnen statt auf geistige Prinzipien und Werte vertrauen. Die Kontroverse in den sozialen Netzwerken über die Enthüllung der Streiche von Pastoren wie Lukal, Lesego Daniel und anderen ist nicht unbemerkt geblieben. Online-Plattformen sind zu einem Schlachtfeld für heftige Debatten geworden. Videos der gescheiterten Versuche und viralen Nachstellungen wurden millionenfach geteilt, begleitet von Kommentaren, die von Empörung bis hin zu blinder Unterstützung reichten. Sind sie auf eine dieser Online-Diskussionen gestoßen? Wie haben sie reagiert? Memes und Satire verbreiteten sich, was es für Pastoren noch schwieriger machte, ihre Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Die sozialen Medien haben zwar die öffentliche Empörung verstärkt, aber auch einen Raum für Gläubige geschaffen, um ihre Führer zu verteidigen. Allerdings hat sich eine wachsende Skepsis durchgesetzt und viele Nutzer fordern mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht von religiösen Führern. Glauben Sie, dass Social Media in diesen Debatten eine positive oder negative Rolle spielt? Die Online-Kontroverse hat auch Fragen nach Meinungsfreiheit und Rechenschaftspflicht aufgeworfen. Sollten wir den Führern erlauben, außergewöhnliche Erklärungen ohne Konsequenzen abzugeben? Oder ist eine weitere öffentliche Kontrolle erforderlich, um die Gläubigen vor potenziellem Betrug zu schützen? Es ist ein Dilemma, das nach wie vor die Meinungen spaltet und zunehmend die Art und Weise bestimmt, wie Glaube und Religion in der modernen Welt diskutiert werden. Die Auswirkungen auf den Glauben der Anhänger Luas waren tiefgreifend. Die Anhänger von Alpha und auch andere Pastoren, die versuchten, Jesus nachzuahmen, gerieten nach der Aufdeckung der Falschmeldungen in eine Glaubenskrise. Das Vertrauen in ihren Führer war zutiefst erschüttert und viele fanden sich verloren und wussten nicht, wem oder was sie glauben sollten. Warst du schon einmal in einer Situation, in der dein Glaube auf die Probe gestellt wurde? Wie sind sie damit umgegangen? Die psychologischen und emotionalen Auswirkungen waren erheblich. Viele Gläubige berichteten von Gefühlen des Verrats, der Verwirrung und der Verzweiflung. Sie glaubten an Wunder, die sich nun als fabriziert herausstellten. Dies hat tiefe Fragen über das Wesen des Glaubens und die Verletzlichkeit religiöser Anhänger aufgeworfen. Ist blinder Glaube gefährlich? Sollten wir unsere geistlichen Führer mehr hinterfragen? Einige Anhänger haben jedoch einen Weg gefunden, ihren Glauben wieder aufzubauen, indem sie neue religiöse Gemeinschaften aufsuchten oder einen persönlicheren und introspektiveren Ansatz zur Spiritualität wählten. Andere wandten sich ganz von der Religion ab, desillusioniert von den Betrügereien. Die Krise, die durch das Handeln von Lukal und anderen Hirten ausgelöst wurde, war eine tiefgreifende Prüfung der geistlichen Widerstandsfähigkeit. Kann der Glaube nach einer so großen Enttäuschung wiederhergestellt werden? Diese Wirkung erinnert uns daran, wie wichtig ein solides Fundament für den Glauben ist, der nicht von Einzelpersonen, sondern von authentischen geistlichen Prinzipien und Werten abhängt. Die logische Analyse der Ereignisse, an denen Pastoren wie Lukal, Daniel Lesego und andere beteiligt waren, provozierte eine gründliche theologische Analyse. Theologen und Religionsgelehrte haben sich mit den Implikationen dieser Versuche, Jesus nachzuahmen, beschäftigt. Haben diese Hirten die heiligen Texte falsch interpretiert oder haben sie einfach den Glauben ihrer Anhänger zum persönlichen Vorteil ausgenutzt? Wie interpretieren sie diese Ereignisse? Es entbrannten hitzige theologische Debatten darüber, ob der Versuch, die Wunder zu reproduzieren, eine Fehlinterpretation der Lehre Jesu war. Viele Theologen haben argumentiert, dass die Wunder Jesu symbolisch waren und dazu gedacht waren, tiefgründige geistliche Lektionen zu lehren, die nicht buchstäblich repliziert werden sollten. Andere argumentierten, dass wahrer Glaube in der Tat Wunder bewirken könne, dass solche Demonstrationen aber von Unterscheidungsvermögen und Verantwortung begleitet sein müssten. Sind sie der Meinung, dass Wunder wörtlich oder symbolisch interpretiert werden sollten? In der theologischen Diskussion ging es auch um die Frage der Ethik in der religiösen Führung. Wie weit kann ein geistlicher Führer gehen, um den Glauben seiner Anhänger zu inspirieren und wo liegt die Grenze zwischen Inspiration und Manipulation? Die Analyse dieser Ereignisse in der zeitgenössischen religiösen Kartografie unterstreicht die Notwendigkeit eines gut informierten und prinzipientreuen Glaubens. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie dein Glaube von den religiösen Führern um dich herum beeinflusst wird? Diese Fragen sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass die religiöse Praxis authentisch und respektvoll bleibt und die Gläubigen vor potenziellem Missbrauch und Betrug schützt. Die Kritik anderer religiöser Führer an den Ereignissen, an denen Pastoren wie Lukal und Lesego Daniel beteiligt waren, war direkt. Viele haben die Versuche, Jesus so wörtlich und rücksichtslos nachzuahmen, scharf kritisiert. Pastoren, Priester und Theologen verschiedener Konfessionen haben ihre Besorgnis über die Auswirkungen dieser Aktionen auf den Glauben der Gläubigen und das Bild der Religion als Ganzes zum Ausdruck gebracht. Ist diese Kritik fair? Wie sehen sie die Verantwortung religiöser Führer in diesem Zusammenhang? Einige religiöse Führer argumentierten, dass diese Pastoren die Lehren Jesu zu ihrem eigenen Vorteil verzerrten und damit die Gesundheit und den Glauben ihrer Anhänger gefährdeten. Andere betonten die Notwendigkeit einer stärkeren Regulierung und Kontrolle religiöser Praktiken, um Missbrauch zu verhindern. Die Diskussion weitete sich auf die pastorale Ethik und die Verantwortung der Verantwortlichen aus, ihre Anhänger zu schützen und mit Integrität und Weisheit zu leiten. Sind sie der Meinung, dass religiöse Praktiken strenger reguliert werden sollten? Neben der Kritik gab es in vielen Gemeinden auch eine Bewegung der inneren Reflexion. Religiöse Führer begannen, die Bedeutung eines Glaubens zu betonen, der auf dem Verständnis und dem gründlichen Studium der Heiligen Schrift beruht. Statt spektakulärer Machtdemonstrationen. Diese Zeit der Selbstbeobachtung war für viele Religionsgemeinschaften von entscheidender Bedeutung, die versuchten, ihre geistlichen Grundlagen zu stärken und die Fehler der sensationslüsternsten Hirten zu vermeiden. Wie kann der Glaube ihrer Meinung nach gestärkt werden, ohne auf extreme Praktiken zurückzugreifen? Die Reaktion anderer religiöser Führer unterstreicht die Bedeutung einer verantwortungsvollen und ethisch einwandfreien Führung. Hast du volles Vertrauen in deinen geistlichen Führer? Der Glaube sollte von den Prinzipien der Liebe, des Mitgefühls und des Verständnisses geleitet werden, anstatt für sensationelle Zwecke missbraucht zu werden. Die Reaktion der Gemeinden, die von den Skandalen der Hirten betroffen waren, die versuchten, Jesus nachzuahmen, bestand darin, sich einer Zeit des Aufruhrs und der Reflexion zu stellen. Das Vertrauen in religiöse Führer war erschüttert und viele Gläubige fühlten sich verloren und verraten. Stell dir die Enttäuschung und Verwirrung vor, als du feststellst, dass die Wunder, an die du geglaubt hast, erfunden waren. Wie würden sie in einer solchen Situation reagieren? Viele Gemeinschaften begannen, Antworten zu suchen und über ihre spirituellen Praktiken nachzudenken. Es wurden Selbsthilfegruppen gebildet, um den Gläubigen zu helfen, mit der Desillusionierung umzugehen und ihren Glauben wieder aufzubauen. Einige Kirchen haben einen transparenteren und offeneren Ansatz gewählt und fördern den Dialog und die kritische Reflexion ihrer Mitglieder. Die Krise hat auch zu einer stärkeren Beteiligung der Gläubigen an den Entscheidungen der Kirche geführt, mit dem Ziel sicherzustellen, dass sich solche Missbräuche nicht wiederholen. Glauben sie, dass die Beteiligung der Gläubigen an der Verwaltung der Kirche künftige Skandale verhindern kann? Darüber hinaus haben viele Gemeinschaften begonnen, die Bedeutung eines persönlichen und introspektiven Glaubens zu betonen, anstatt sich blind auf charismatische Führer zu verlassen. Diese Rückkehr zu den spirituellen Wurzeln hat vielen Menschen geholfen, einen neuen Sinn und eine neue Verbindung zu ihrem Glauben zu finden. Die Reaktion der betroffenen Gemeinschaften zeigt die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit der Gläubigen angesichts der Widrigkeiten. Wie kann ihrer Meinung nach der Glaube in Krisenzeiten gestärkt werden? Diese Zeit der Reflexion und des Wiederaufbaus war für viele Kirchen von entscheidender Bedeutung, da sie versuchten, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und eine stärkere, authentischere Zukunft aufzubauen. Die Erfahrung der betroffenen Gemeinschaften ist eine eindringliche Erinnerung daran, wie wichtig ein fundierter Glaube ist und wie wichtig ethische und verantwortungsbewusste religiöse Führer sind. Erlösungsgeschichten Trotz all der Misserfolge und Skandale sind einige Erlösungsgeschichten aufgetaucht. Pastoren, die ihre Fehler erkannten und versuchten, das Vertrauen ihrer Gemeinden zurückzugewinnen, waren nach und nach in der Lage, ihre Gemeinden mit Ehrlichkeit und Demut wieder aufzubauen. I7 Glaubst du, dass es möglich ist, sich nach einem so schweren Fehler zu rehabilitieren? Zum Beispiel haben einige Pastoren, die öffentlich bloßgestellt wurden, beschlossen, sich aufrichtig und transparent bei ihren Gemeindemitgliedern zu entschuldigen. Sie haben ihre Kirchen für einen offenen und kritischen Dialog geöffnet und es den Gläubigen ermöglicht, ihre Zweifel und Frustrationen zum Ausdruck zu bringen. Diese Pastoren versprachen, ihre Praktiken zu reformieren und mit mehr Integrität zu führen. Kann dieser Ansatz wirklich das Vertrauen der Gläubigen wiederherstellen? Der Weg zur Erlösung war für diese religiösen Führer nicht einfach. Sie stießen auf Widerstand und Misstrauen, aber mit Geduld und Hingabe ist es vielen gelungen, die Beziehung zu ihren Gemeinden wieder aufzubauen. Diese Geschichten von Sieg und Demut sind eine eindringliche Erinnerung daran, dass der Glaube auch nach großen Enttäuschungen wiederhergestellt werden kann. Wie gehst du mit Fehlern und Reue in deinem geistlichen Leben um? Neben den Hirten haben auch viele gläubige Wege der Erlösung gefunden. Sie haben die Krise genutzt, um ihren Glauben auf eine persönlichere und authentischere Weise zu stärken. Indem sie sich von sensationslüsternden Praktiken entfernten und sich auf das Wesen religiöser Lehren konzentrierten, konnten sie einen neuen Sinn für Sinn und Spiritualität finden. Die Geschichte der Erlösung in diesen Gemeinschaften unterstreicht die Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit, inmitten von Widrigkeiten zu wachsen. Glaubst du, dass jeder eine zweite Chance verdient hat? Der Prozess der Erlösung und des Wiederaufbaus dieser Kirchen ist ein inspirierendes Beispiel dafür, wie der Glaube Herausforderungen überwinden und noch stärker daraus hervorgehen kann. Die tragischen Ereignisse und die aufgedeckten Betrügereien haben religiösen Führern und Gläubigen auf der ganzen Welt als wertvolle Lektionen gedient. Hirten und Gläubige lernten, wie wichtig ein authentischer Glaube ist und wie wichtig geistliche Unterscheidung ist. Haben sie wichtige Lektionen aus einem Fehler der Vergangenheit gelernt? Diese Vorfälle haben gezeigt, dass der Glaube, wenn er falsch interpretiert oder ausgenutzt wird, katastrophale Folgen haben kann. Der Versuch, sich ohne tiefes Verständnis der Lehren Jesu fortzupflanzen, hat zu Tragödien und Desillusionierung geführt. Religiöse Führer begannen zu betonen, wie wichtig es sei, die Heilige Schrift zu studieren und darüber nachzudenken, anstatt nach spektakulären Machtdemonstrationen zu suchen. Braucht wahrer Glaube Wunder, um bestätigt zu werden? Darüber hinaus haben diese Ereignisse die Notwendigkeit von Transparenz und Rechenschaftspflicht bei religiösen Führern deutlich gemacht. Viele Kirchen haben strengere Richtlinien, um sicherzustellen, dass unsichere Praktiken nicht gefördert werden. Die Bedeutung der Gemeinschaft für die gegenseitige Betreuung und Unterstützung wurde ebenfalls verstärkt. Glauben Sie, dass die Aufsicht über die Gemeinschaft Machtmissbrauch verhindern kann? Zu den Lehren gehörte auch die Notwendigkeit, Glaube und Vernunft in Einklang zu bringen. Der Glaube an Wunder muss von kritischer Unterscheidung und einem klaren Verständnis der damit verbundenen Risiken einhergehen. Dieses Gleichgewicht ist unerlässlich, um die Gläubigen zu schützen und sicherzustellen, dass die Religionsausübung authentisch und sicher bleibt. Wie schaffst du es, Glaube und Vernunft in deinem Leben in Einklang zu bringen? Die Erfahrung von Hirten, die versucht haben, Jesus nachzuahmen, erinnert uns daran, wie wichtig ein verantwortungsvoller und ethischer Ansatz für die geistliche Führung ist. Der Glaube ist eine mächtige Kraft, die inspirieren und verwandeln kann, aber er muss von starken Prinzipien und einem Bekenntnis zur Wahrheit geleitet werden. Die Zukunft der Gemeinden, die von den Skandalen der Hirten betroffen sind, die versuchten, Jesus nachzuahmen, bleibt ungewiss, aber es gibt Hoffnung. Mit der erneuten Betonung des wahren Wesens der Lehren Jesu suchen viele Kirchen nach einem authentischeren und weniger sensationslüsternden Weg. Glauben Sie, dass sich diese Gemeinschaften vollständig erholen können? Der Prozess der Genesung beinhaltet die Wiederherstellung des Vertrauens der Gläubigen und die Stärkung ethischer Prinzipien in der religiösen Führung. Viele Kirchen haben einen stärker partizipativen Ansatz gewählt und die Mitglieder in die Entscheidungsfindung und Aufsicht über religiöse Praktiken einbezogen. Diese Bewegung der Transparenz und Inklusion wird als wesentlich für die Wiederherstellung des Glaubens und der Integrität der Gemeinden angesehen. Wie kann Transparenz Ihrer Meinung nach dazu beitragen, das Vertrauen wiederherzustellen? Darüber hinaus legen die betroffenen Gemeinschaften Wert auf spirituelle Bildungs- und Bildungsprogramme und betonen die Bedeutung eines gut informierten Glaubens, der auf den Prinzipien der Liebe, des Mitgefühls und der Gerechtigkeit basiert. Durch die Förderung eines tieferen Verständnisses der Lehren Jesu hoffen die Kirchen, die Fehler der Vergangenheit zu vermeiden und eine stärkere, authentischere Zukunft aufzubauen. Haben Sie schon einmal an einem spirituellen Bildungsprogramm teilgenommen? Der Weg zur Heilung beinhaltet auch die emotionale und spirituelle Heilung der Gläubigen. Viele Mitglieder der betroffenen Gemeinden haben eine Zeit der Ernüchterung und des Schmerzes erlebt, aber sie finden die Kraft, ihren Glauben wieder aufzubauen. Selbsthilfegruppen und spirituelle Seelsorge haben eine entscheidende Rolle in diesem Heilungsprozess gespielt. Wie kann Gemeinschaft deiner Meinung nach bei spiritueller Heilung helfen? Die Zukunft der betroffenen Gemeinden wird von der Fähigkeit abhängen, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und ein starkes, ethisches Fundament für die Religionsausübung zu schaffen. Der Weg zur Heilung wird lang sein, aber mit Entschlossenheit und Glauben können diese Gemeinschaften einen neuen Sinn und eine neue Spiritualität finden. Die wahre Bedeutung der Nachfolge Jesu. Letztendlich erinnert uns der Versuch, Jesus nachzuahmen an die wahre Bedeutung seiner Botschaft. Es geht nicht darum, Wunder zu vollbringen, um zu beeindrucken, sondern darum, ein Leben in Liebe, Mitgefühl und echtem Glauben zu führen. Jesus lehrte, dass der Glaube von Demut und Dienst an anderen begleitet sein muss und nicht von spektakulären Machtdemonstrationen. Glaubst du, dass das Wesen der Lehre Jesu heute in Vergessenheit gerät? Die wahre Nachfolge Jesu liegt darin, seinen Lehren mit Aufrichtigkeit und Integrität zu folgen und nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, des Mitgefühls und der Nächstenliebe zu leben. Veranstaltungen mit Hirten, die versuchten, die Wunder Jesu nachzuahmen, erinnern uns daran, wie wichtig ein Glaube ist, der auf gesunden Prinzipien und einem tiefen Verständnis der heiligen Texte basiert. Wie wendest du die Lehren Jesu in deinem Leben an? Der geistliche Weg ist persönlich und tiefgründig und jeder Einzelne muss eine authentische Verbindung zu seinem Glauben suchen. Anstatt Wunder und Spektakel zu suchen, wir sollten uns darauf konzentrieren, wie wir einander dienen und einander lieben können, indem wir dem Beispiel Jesu folgen. Das ist das Wesen des Christentums und der Weg zu einem vollen und sinnvollen geistlichen Leben. Bist du bereit, deinen Glauben auf eine authentischere Art und Weise zu leben? Zu den tragischen und betrügerischen Ereignissen. Sie sollten uns motivieren, uns um eine authentischere und verantwortungsvollere religiöse Praxis zu bemühen. Der Glaube ist eine mächtige Kraft, die Leben und Gemeinschaften verändern kann, aber er muss sich von den Prinzipien der Wahrheit und der Liebe leiten lassen. Mögen wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und eine bessere Zukunft voller authentischem Glauben aufbauen.